Herzlich Willkommen zum Zwei-Kampf-Sofa. Hey, hallo, schön, dass ihr da seid, ich freue mich. Du auch? Nein. Okay, ehrlich. Wir spielen Diablo. War ich ein Popel hier? Okay. Du bist ein einziger Popel. Ich bin das also gewesen. Diablo. Du bist ja in die Mitte, ne? Dry. Ich weiß warum. Reaper of Souls. In der Mitte war Böses. In der Mitte war Böses. Wir spielen auf Qual, haben uns so langsam hochgekämpft. Die nur mal vor. Mei auch. Mei doch immer. So, und jetzt. Ja, jetzt kommen sie. Sie kommen. Von wo denn? Achso, von überall. Okay. Manchmal der Hammer raus, die triffst du so alles hier. Oh, da ist er ja. Scheiße. Komm, den hauen wir doch weg. Er hat mich gefangen. Ja, mich auch. Die, 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 die. Vertraue ein paar Hämmerchen. Äh, was ist denn hier? Hau ab. Ja, komm, der geht doch aber runter. Das schaffen wir doch. Äh, ich stehe in irgendwie heißer Lava. Ich auch. Ich bin gefreased. Ich bin gefreased. Ahhhh. Oh, ich bin nicht leer. Ich bin nicht richtig leer. Scheiße. Hab ihn. Hab ihn. Was war das? Ich hab ihn gebumst. Da war eine, 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 eine Meldung gerade. Dass ich ihn gebumst habe. Hab ich mich, das war, das war aber jetzt. Kriegst du keine Meldung, wenn du jemanden bumst? Krieg ich andauernd so eine Meldung dann angezeigt. Bums? Erfolgreich. Naja, oder abgeschlossen, oder. Incredible steht denn immer da, weißt du. Incredible. Mmm, schick. Oh, die hüpfen lustig. Wenn ich sie in den Tornado haue. Geil. Das sah auch cool aus gerade, ja. Da hast du recht. Fribbel. Ah, shit. So, hammer weg. Achso, willst du die Story wieder hören oder was? Nö. Aber da liegt meistens was da. Gold. Gold. Ja, sie ist bereit und wir auch. Deswegen gehen wir weiter. Wir hören keine Bücher mehr. Wir machen die Story nur noch, ich sag mal so. Diablo, das Hörbuch könnt ihr kaufen. Genau. Wir machen nur noch so ein bisschen von der Story, dass ihr überhaupt wisst, worum es geht. Aber letzten Endes ist das hier nicht für die Leute, die die Story nicht kennen. Dafür müsst ihr den Durchgang auf normal angucken. Das sind so die ersten Folgen, die wir gemacht haben. Die sind auch nett. Die erklären, worum es geht. Wir hören uns jedes Hörbuch an. Wir quatschen mit den Leuten. Wir machen und tun. Die interagieren sogar. Hui, 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 hui. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Ne. Vergangenheit. Bäh. So einen Schmutz machen wir nicht mehr. So einen Dreck-Pfui. Äh, wo lang? Ja. Gibt irgendwie nur einen Gang irgendwie so. Irgendwie schon, ja. Kniet nieder vor Zakarun, du Schlampe. Bitte? Mal diese Kraftausdrücke. Äh. Yes. Das war ja geil. Was war das? Ähm, mal ein Bombardement. Das hat so eine leichte Verzögerung, aber wenn es dann kommt, ist er... Knüppeldüppel. Gibt's dicke einen aufm Kopf? Ähm. Du willst da lang? Okay. Dann renne ich dir mal hinterher. Immer außen lang erstmal, oder? Was ist denn für dich außen, bitteschön? Außen lang. Hallo? Au! Hast du was abgekriegt? Oh, das war ja geil. Der hüpft wieder lustig. Hüpf, hüpf, hüpf. Doink, 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 doink. Wo, 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 wo bin ich denn hier? Gib mir Zorn. Gib mir Zorn. Auch schön. Und das alles ist ja eigentlich entstanden. Wieso schießt er eigentlich auf mich? Sag mal. Das alles ist entstanden durch. Das macht mein Geistersperrfeuer automatisch. Du siehst halt so. Du schießt? Der schießt automatisch? Ja, also der sucht sich die Ziele automatisch. Ach nein, echt? Ich dachte du würdest das irgendwie lenken? Ich mach da nix. Also das macht er automatisch. Okay. Muss nur die grobe Richtung vorgehen. Den Rest macht er automatisch. Automatisch. So. Weg ist. Was wollte ich eigentlich erzählen vorhin? Ich wollte irgendwas erzählen. Du hast mich ja von... Tut da hier... Äh... What? What? Habe ich dich von Metzeln abgehalten? Ja, von Metzeln abgehalten. Ich muss mal hier ein bisschen durchhämmern hier, glaube ich. Hä? Fünfzehn in der Reihe gekillt hier. Juhu. Sechzehn. Sechzehn. Genau. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Fremskaree. Weg. Skat. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Neunze war ins Massaker. Oh, die sind Lüller. Oh, das ist schlecht. Ach was. Die können sich nicht mehr bewegen, die Kerle. Wo bin ich überhaupt nicht. Ich kann mich gar nicht mehr sehen hier. Ich kann mich gar nicht mehr sehen. Oh, ich kann mich nicht mehr ansehen ey. Oha. Ich hab was goldenes hier. Endlich. Du findest irgendwie die coolen Sache. Hast du wieder gerade mehr Gold equipped und so? Gold? Ja, diese Fähigkeit, man findet mehr Gold, Güllen und so. Ich glaube ich nicht, ne. Weil ich hänge da jetzt. Du bist hinterher meinst du? Ja. Oha. Hier sind wir schon mal fast richtig meinst du? Oha. 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 Oder komplett falsch, eins von beiden. Oder komplett falsch, ja. Und hier euer, und das noch drauf. Rumpel. Ja, alles zusammen können sie irgendwie gar nicht gut ab, oder? Nee, das kommt gar nicht gut ab, Jungen Jungs hier. So lasern hier. Ja, okay, wenn alles auf der Stelle ist mit Tornado und Bomben und Laser, das kann nicht. Ja. 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 Das ist ja so gewollt. Ja. Ja. insofern muss ich dann doch ein bisschen langsamer klicken. Dup. Und Dup. Dup. Rumpel. Ich habe keinen Hammer dann genommen dazu. Anfach nur ... Oh, hier. Wer ist denn hier? Ey, haut ab. Oh, Feuerball. Ich habe ja einen Typen am Arsch, was ist das? Ein Penner? Ein Penner. Ach, mein, haut ab hier! Was soll denn das? Also wir haben noch ohne Ende Gegner hier. Also das irgendwie... Ich will mal ein paar Kumpels mit, okay? Aber was? Die schicke ich erstmal alle ein bisschen zusammen da. Die müssen viel mehr zusammenhalten, finde ich. Müssten zusammenhalten? Ja, deswegen habe ich sie gerade zusammengeklebt mit meinem Tornado. Ist das eigentlich hier in der Ecke? Ist das eine Hälse oder was? Och, nö. Nee. Was denn? Ja, hüpft da ruhig alle rein. Ja, Freunde, danach. Das mag ich. Boah. Man legt lasern hier. Zu früh, shit. Da war keiner mehr zum Lasern. Schade. Also meine Bombe in der Morgen. Die sind ein bisschen langsam. Mit ihren Bomben. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Also da machst du nix. Könnte ich öfter gebrauchen. Rumpel. Hey, was hast du denn hier, Alter? Alte Segel. Hm. Ich will mal Angst, wenn der explodiert, ob der noch irgendwie Schaden macht oder nicht. Ob der was rauskommt, ne? So ein Pickel ausdrücken hier, der... Er ist wieder ein Lillaner gesehen. Oh ja, das ist ja... Er ist ja evil. Ich bin tot, warum auch immer. Was? Au, ich auch... Ich hab's nicht mehr mitgekriegt. Okay. Ähm... Der Lillaner ist böse. Der Lillaner ist böse. Der Lillaner ist böse. Darf ich jetzt mich bewegen? Danke. Schwierigkeit ändern. Die empfehlen mir, die Schwierigkeit zu ändern. Ja, das ist ja für... Äh, 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 äh... Äh, waren wir hier nicht schon durch? Ja, ja, weil das geht. Äh, klick die mal zusammen da. Dafür müsste ich erstmal... Äh! Ey, die sind richtig gut, die Jungs. Ey! Ey! Egal, wo ich hingehe. Jetzt aber. Jawohl. Ja, der Blitz immer hier, ne? Psst, psst, psst. Wo ist eigentlich deine Hunde hin? Ja, ich glaub, die sind hinüber. Oh, jetzt. Hast du gesehen? Was? Ich hab gesehen, dass es... Aua, nee, die Hunde sind da. Die haben die anscheinend bekämpft die ganze Zeit. Die stehen irgendwie in den Gegnern oder so. Meine Fresse, ey. Aber die sind tough. Die halten was aus. Ja, die, man muss ein bisschen aufpassen, ne? Mautzi, Plautzi, Wautzi sind echt tough. Kann man sich da nicht meckern. Prömer. Die sind auch nett, die Jungs hier, ne? Nett. Also, ich weiß nicht, als Nachbarn würde ich die ungern haben wollen. Ich war ein Dings nicht. Hier, hallo. Achso. Dann war ich schon so. Liedli. Und? Weg, weg. Weggelasert. Wo war ein Buch? Also, bei mir lassen die Gegner auch irgendwie nichts fallen. Oder hebst du das jetzt doch für mich auf? Nee, bei mir ist ja auch nichts. Warte mal. Wollen wir nicht weitergehen? Äh, ja, können wir auch. Das ist ja in die Richtung. Naja, ist gut. Alles gut, ne? Alles gut, alles gut. Scheibensalat. Scheibensalat? Genau. So, neue Runde. Neue Runde. Neue Runde, neue Runde. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Wir waren schon da. Wir wären fast wieder. Spielstand, so. Oh, ein Event. Was denn? Der Boss des Schlechters. Jetzt wird mir so schlecht. Bababababa. Das wird jetzt ganz übel werden. Ja, ja, ja. Ich fechte das auch. Aber wir kriegen das hin. Wart's ab. Bababababa. Geht nicht. Doch, geht nicht. Ah. Cool. Jetzt kommt der böse, böse. Wir werden jetzt sehr aufsterben. Ähm, das war sehr geil. Ja, total super, ey. So, mal Laser reingehalten. Boah, mal Laser mit gar nicht. Ey, ähm. Hallo? Das ist der drauf. Das ist der drauf. Das ist der bringt nichts. Das ist der nichts. Hörst du mal auf mich? Also. Wie ist denn der drauf? Aua. Nein, den will ich doch nicht. Ich verclick mich jetzt auch noch andauernd hier. Ey. Aua. Aua. Läuft denn da hin? Bleib doch mal stehen, blöde Sau. Ey, da mal. Äh, wo ist meine Bomben? Ich hab keine Bomben gesehen. Ey, da hast du gesehen, wie viel hältst du ja noch hat? Ja. Das kann auch stundenlang dauern hier. Ah, nicht mal fair, du Trottel. Na toll, gerade weggerannt hat Penner. Exakt Penner, 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 Pisspack. Aua, nicht. Ich will hier weg. Aua. Das kann ich leider nicht. Toll. Das kann ich leider nicht tun. Achtung, hier liegt Feuer rum. Äh, hallo? Hier komme ich nicht zu euch. Ich bin gefangen. Hilfe. Äh, okay. Er hat mich zu dir geritten. Äh, den Scheiß, ey. Er hat dich zugeritten? Er hat mich eingeritten, genau. Der kleine Dreck, sagt der. Okay, muss ich mir irgendwelche Sorgen machen? Nein, nein, alles gut. Scheiß Feuer, ey. Ey. Bombe. Nicht ins Feuer. Ey, der stößt mich weg. Hm, der zieht dich ran, der stößt dich weg. Der ist ja lustig, ey. Äh. Danke. So, das war mein Bombelement und mein Laser. Und mein Schwump. Mein Wump, eigentlich. Ey, komm, mach doch mal auf ihn das Ding da, ey. Der, der, du kannst dich einziehen mit deinem... Muss hier weg. Wirk nicht reinrennen. Der, du bist so geil. Nein. Der ist das genaue Gegenteil von... Alter, ich bin tot. Am Ende des Feuers steht. Ich kam nicht aus dem Feuer raus. Kann ich nicht wiederbeleben? Nee, in 5, 3, 4, 2, 1, 0, komm. Äh... 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 Nicht in die Feuer! Ach, soll denn das, ey? Ich bin noch nicht mal da. Äh... Oh, cool. Das ist ja ein Kumpel. Das ist ja echt geil, der Typ, ey. Ey, hörst du mal auf, ey. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, äh, nein, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, alles gut. Alles gut sieht bei mir anders aus. Oh, das habe ich vorhin schon mal gehört, das Ding. Ui, in den Binnen. Ah, Mama. Ey. Laser. Ey, er ist durch mich durchgerannt, geil. Ist du wieder tot? Ja. Shit. Ich habe zu wenig Health, weißt du? Ich muss doch ein bisschen mehr auf Vitalität jetzt skillen. Hat das dir auch nicht jemand geschrieben, dass wir, ähm, mehr auf Vitalität machen sollten? Ja, natürlich. Natürlich, das ist aber logisch. Weil wir haben es vorher mal abgewählt, ist doch klar, dass du auf den höheren Stufen mehr Health brauchst. Ähm, wo ist er? Ey, ja, natürlich, da. Hilfst du noch? Ja. Schön. Hol dir mal den besten Health hier. Ich kann da gerade nicht hin, da brennt alles. Ich weiß nicht, welchen BG du bist bei mir. Ey, hört ihr mal auf. Du rennen? Puh. Hier ist wieder Feuer. Ich will da nicht rein, nein. Niemand will da rein. Niemand will ins Feuer rein. Er hat übrigens, äh, Halbzeit ist schon vorbei, hast du gesehen? Ja, 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 hab ich gesehen. Ich, äh, arbeite ja auch an ihm, aber er arbeitet auch an mir. Nein, nicht das jetzt. Ey, Maka, es brennt wieder alles hier. Ey, wo geht dieser, der grüne Mistkerl hin, ey. Der grüne Mistkerl. Aua. Oh, ey, hier. Nein. Was sagt er? Tut mir leid. Glaube ich nicht. Du fleischklopst, komm her. Bumms, rumpelt. Nein, hier ist mein Feuer. Hilfe, ich muss hier weg. Hilfe. Er rennt durch mich durch und ich bin tot, sofort. Ich habe keine Chance. Ja. Wie auch, bis ich draufgegangen. Ich glaube, es ist jetzt das dritte, vierte Mal. Keine Ahnung. Ja, also, es ist so, ich brauche definitiv Hilfe. Mit dem, mit dem Spannesten zu? Ja. Ey, ja, ist klar, danke. Ey, und brennen, brennen, brennen. Gib mir irgendeine Ecke, wo ich nicht brenne, wo ich hin kann. Ey, was für ein Fight, ey. Äh, in die Mitte, in die Mitte. So, ein paar Mal rausgeflutscht. Lalalalala. Bum, 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 bum. Ey. Jawohl. Ey, dieses. Also, er kann ziehen. Er kann dich wegpushen. Er kann alles, was gut ist. Vor allem muss ich aufpassen, wenn er chargt und auf mich losläuft. Der rennt nur einmal, der streift mich nur, dann bin ich hinüber. Das ist der Kumpel. Gleich ist er weg. Wir dürfen noch nicht beide draufgehen hier. Das wäre auch doof, oder? Ja. Ja, du hältst dich ja tapfer mit deiner Mörder-Helds. Nö, ich schicke dich mal vor. Gibt es nicht eine Fähigkeit, wo man die Agro des Gegners auf einen anderen weglenken kann? Ach, die habe ich jetzt zufälligerweise auch aktiviert. Hey, eine Million irgendwas Punkte war das gerade. Und ich kriege nicht mehr was legendäres dafür, weil ich so oft draufgegangen bin. Ich auch nicht. Toll. Ich habe auch nichts legendäres hier dabei. Alter. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Stopp mal. Ich glaube, wir sollten mal weg. Wir sollten hier abhauen. Meinst du? Ja. Ich würde gerne noch hier rausgehen. Keller der Verfluchten. Mein Gott. Verurteilten. Oder irgendwas mit V. Irgendwas mit V. Da geht es auch gleich weiter. Nein, da ist nur noch der... Wir holen jetzt nur den Mokel ab und dann sind wir da auch durch. Das ist eine Megafolge. Das ist bla, das ist nicht nur weil. Bla, bla, bla. Wir müssen hier nur noch einmal zu dem da hin. Glaub mir, das ist keine gute Idee. Ach was, das sind doch nur die... Ich sag's dir. ...die Mokels da. Doch. Keine gute Idee. That's a better deal. Also, wir gehen kurz hin. Wo sind die alle? Ja. Fum. Fum. Rumpel. So war ja jemand. Pa, pa, pa. Was sagt er? Zack, jetzt kriegt er sein Schwert wieder. Jetzt darf er wieder da gehen. Jetzt macht er gleich die Tür auf irgendwo. Siehste. Jetzt sind wir nämlich zurück. Und sogar offiziell. Und wie das weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich brauche mehr Hilfe. Und was machst du dagegen? Vitalität kaufen. Jetzt geht's los. Vitalität kaufen. Leute, vielen Dank für's Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.